Willkommen zurück So, Crimson Snow Ich, ähm, ja Aber du meinst wahrscheinlich Ob das, äh, so wie, äh, achso Du meinst, ob das Audio, ne, das hat keinen Audio-Support Hier, aber das Awoki, Awoki müssen wir Auf jeden Fall nochmal spielen, ne? So, ich geh jetzt raus Ich weiß nicht, was passiert Ich warte noch einmal, bis sie Wieder weg geht, ne? Ist sie noch da? Alter, uff Ich sollte hier weg Ich sollte hier ganz schnell weg Nein, hier ist nur halt zu Wo muss ich denn hin? Ich will hier nicht besser Oh nein, Alter, die kommt Die Sau, die kommt Die macht Türen offen Oh Gott Das ist echt wie bei Awoki, ne? Mit dem Licht und so Das wird ganz toll Haben sie gesagt Crimson Snow Ist ein Weihnachtsspiel Haben sie gesagt Oh, ein Weihnachtsbaum An der Tür Der ist ja toll Das wird großartig Haben sie gesagt Alter Mach nicht Alter, mach doch nicht sowas Was? Joyce Ich hab ein Problem Mark Stopp scaring me I know that you're here I found the Christmas tree That you knocked over Was? And why did you take off Its decoration Habe ich doch gar nicht Hä? Das war ich nicht, Joyce Hör mir mal zu Jemand hat mich eingesperrt Was? Mark Seriously, don't scare me like that What's going on? Nein Ich Willst du mir nicht glauben, Joyce Aber Aber Ich glaub Ich halluziniere, oder? Der Korridor ist gerade etwas größer geworden Ich Ich verstehe nicht, was hier passiert Nein Wenn ich am Telefon bin, kann ich nicht bei dir sein Sie glaubt ihnen nicht Sie haben Joyce von seltsamen Vorkommnissen erzählt Sie glaubt ihnen nicht Das ist toll Oh, wie cool Mit den Mit den Kugeln Ich drehe mich nicht um Das ist alles so furchtbar Das ist alles nicht schön Was ist das denn? Oh, Animals Ah, da ist eine Schildkröte drauf Und eine Pizza, glaub ich, daneben Mhm So Ja, Weihnachtsspiele haben sie gesagt Tolle Spiele haben sie gesagt Schatzi, Regen schenken haben sie gesagt Antrag machen Sieht aus, als könnte die In den Mulden Diese eigenartigen Tür passen Ich muss drei solcher Kugeln finden Ähm Oh, die Alerts funktionieren nicht Oder, oder Sei doof Sei doof Oh, die ist blöd Ich weiß nicht, warum die Gunshots Nicht, warum Hä? Warum die nicht funktionieren? Aber müssen normalerweise eigentlich Eigentlich müssen die funktionieren Sind die hier drin? Sound Alerts sind hier drin Oh, warte mal Oder wegen Ausblenden Warte mal Ah, okay Deswegen funktionieren die nicht Ich dachte, ich kann die Aber warte mal eben Mach das mal eben so So, jetzt müssen die auch funktionieren So Okay So Oh, bitte nicht so erschrecken Ich bin schreckhaft Okay, du Arsch Steht da Sieht ihr mich durch die Tür? Okay, wir müssen drei Kugeln finden Hier war die erste Die ist weggegangen Wo ist die hin? Omi Omi van Kenobi Es ist keine Omi Es ist eine junge Braut Oh Gott Oh Gott, die sieht mich Die sieht mich bestimmt Einen haben wir Toll Hä, wie konnte ich mich nicht sehen? Was ist mit der? Alter, die läuft da hinten rum Wo soll ich denn hinten? Und wo soll ich denn diese scheiß Kugeln finden? Na toll Oh, Gesundheit Was? Oh Gott, ist die eklig Ich glaube, die muss auch mal zum Zahnarzt Oh nein Nicht aufgenommen Och Mann Wieso ist die Aufnahme gestoppt? Och Mann, ich wollte es doch aufnehmen Oh, toll Muss ich jetzt aus dem Stream runterladen Genau jetzt Die hat voll Bock auf mich Wollt ihr denn jetzt gespeichert? Die Kugel hatten wir, ne? Ah, ne Okay Die müssen wir nochmal neu holen Die kann sogar Türen öffnen, die Sau Ah, wie soll ich denn an der Wirklich kann mich nicht ducken Oder so, ne? Nein, ich bin nicht hier Sweetie Nein Nein Geh mal zum Maniküre, bitte Mit den langen Nägeln Und du sollst vielleicht mal zum Zahnarzt Nein, ich will nicht feiern Oh Gott, ist die eklig Kann ich mich hier noch irgendwo im Schrank verstecken oder so? Wie soll ich denn bitte an der vorbeikommen? Also da in den Schubladen ist nichts Gott Ich warte mal, bis die jetzt Ich bleib mal hier in der Ecke Ich kann mich auch nicht ducken, ne? Ja, okay Will sie uns nicht Oh oh Zusammen feiern Ich muss ja wahrscheinlich in dem Raum da rein, ne? Wo sie ist, oder? Ich bleib einfach hier in der Ecke Für immer Hä? Sie kursiert aber auch nur da im Eingang, ne? Da steht sie jetzt Jetzt geht sie wieder raus Hä? Wie soll ich denn jetzt? Ah, da hinten ist noch ein Raum Oder Okay, sobald sie reingeht, glaube ich Sollte ich hinterher gehen Ich probiere das Oh, das wird so furchtbar Lalalalalalalalalala Hallo, sweetie Dreh dich nicht um, bitte Ich kündige Ich kündige Ich kündige Mach die Fackel aus Alter Ich hörte dich gleich mal Hörts wonderful life und so Die Sau Jetzt krepelt die da hinten rum Hier war ein Schrank, ne? Den kann ich nicht öffnen Ist die weg? Erschreckt die mich, die Sau Was ist denn mit der? Oh, die kommt wieder Oh nein, die kommt wieder Oh fuck Bitte seh uns nicht Bitte seh uns hier nicht Ist hier eine scheiß Kugel irgendwo drin? Oh fuck, Alter Ich kündige Oh, Klorollen Die sind bestimmt sehr gut Oh, da war eine Fackel am liegen Die nimm mal mit Hier ist nichts, ne? Oh shit Und wir müssen die ganzen Wege auch noch zurück, ne? Zwei Fackeln aber noch Das ist nicht gut Oh, oh Sie hat nun gesagt Kommt sie? Sie kommt Glaub ich Also erscheint Ich würde mich gerne wie bei VR So um die Ecke lehnen Oh, das geht sogar Lol Hallo Honey Honey makes me funny Oh, wir müssen in die Richtung Wo sie ist Ey, das ist so affig Und links abbiegen jetzt Ganz schnell Wow Okay Okay Wir müssen warten Bis sie weg geht Bis sie wieder vorbeigeht Dann müssen wir nach links Oh Gott Ist das furchtbar Aber wie gut das gemacht ist, ne? Schnell raus Los, 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 los Sie geht immer nach links, ne? Dann gehen wir auch nach links Oh Gott Ich höre die Kugel Aber wo? Oh Sieht kräftig aus Damit kommen sicher durch die Ketten an der Tür Ja Aber vielleicht will ich die Ketten auch einfach da dran lassen Weil da jemand im Flur steht Okay Jetzt ist das Ding weg Das Geräusch Alter, geh doch mal zu Maniküre Das geht ja gar nicht, Schatz Nö Jetzt müssen wir ihr hinterher, ne? Uff Geradeaus oder rechts? Dreh dich nicht um Bist du dir da ganz sicher? Ich bin mir da nicht so sicher, ob wir wirklich füreinander bestimmt sind Und? Nee Wir müssen nicht zusammen Together forever is everyone Together forever is everyone Ja Gibt's ne Fackel hier? Fackel, Fackel? Die Frage ist jetzt Geht sie Sie geht bestimmt nach Oder kommt die hier hin? Wenn die hier hin kommen, kündige ich Ich will nicht mehr Dreh dich nicht um Dreh dich nicht um Tschüss So, wir haben die Kette Können wir durchschneiden Wir können die Dings einsetzen Irgendwas passiert doch Ich weiß es doch genau Da können wir die Kette durchschneiden Wir können die Kugel einsetzen Ich mach erst die Kette Da, die zweite Kugel Oh Bruder, jetzt muss sie los Wer, die kommt jetzt War das hier? Ah nee Da war das Oh Gott Ich kann nicht rennen, ne? Tschüss Blum, blum, blum Ich will raus Äh Hallo? Hallo? Das ist die Deko, die Joyce Um ihren Tannenbaum hatte Die Verrückte sagte vorhin Irgendwas vom Baumschmücken Wenn ich's mache Ist sie vielleicht abgelenkt genug Dass ich mich durchschleichen könnte Also heißt jetzt Baumschmücken Ist das nicht ein schönes Spiel zu Weihnachten? Ich find das toll Ich find das ganz großartig Solche Spiele bitte mehr zu Weihnachten Wer ist das? Sind wir das? Oder ist das der Ehemann? Alter, wie sieht der denn aus? Oh, der Hund Ist der tot? Frankie goes to Hollywood Oh Gott Das wird so furchtbar jetzt, ne? Ah 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 Oh, ich schmuck den Baum Ich schmeiße einfach Ketten drüber So Ah 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 Ruf mich doch nicht an Es ist alles ein stupides Prankmark Bewegungsgeräusche, was Nonsens Ich sah deine Freundin in der Fenster Und ich weiß, dass sie irgendwo schlugt Sie bewegt wirklich schnell Und das ist es Es ist nichts Besonderes Äh 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 Joyce, das ist kein Witz Du musst da weg Oder Joyce, hör mir zu Das ist nicht mein Meine Bekannte Versteck dich irgendwo Und ruf die Polizei Äh Let's just assume that I believe you First Tell me where you are now What's going on with you Was mit mir Ähm Es ist Als würde ich träumen Das Haus verändert sich Irgendeine Irre sucht nach mir Ich glaube Ich habe eine Weihnachtsdeko gefunden Ähm Sie muss sie hergebracht haben Oder deine Ja, deine Of course You accidentally found my stuff in someone else's house Mark, do you think I'm an idiot? Nein, das stimmt Fine You said I need to hide I'll do that And then Oh nein, sie glaubt uns nicht Oh man Joyce 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 Oh Gott, ob man das Ende beeinflussen kann Hier mit den Dings Bestimmt, ne? Hello Das ist ja ganz toll Ich, äh Ich will nicht mehr Ich will nicht mehr spielen Schüttel dein Haar für mich Ich will hier nur raus Äh Ih Alter Äh 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 Alter Ist ja furchtbar Oh Gott Ich will hier weg Oh Gott Oh Gott Wo kann ich mich verstecken? Äh Ih Ih Alter Ih Äh 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 Das ist ja wie beim Exorzisten Ich muss los Tschau Alter Äh Alter Oh Gott Ich muss los, Bruder Scheiß Die Tür geht nicht Hier war irgendwo eine Tür Da Ich muss los Du musst los Das ist die einzige Tür hier mit Kette, ne? Was? Deeper? Ähm Wieso gehen wir in den Keller? Warum versuchen wir hier nicht einfach eine Scheibe einzuschlagen? Fackeln Ja, fackeln sind immer gut Das ist meine Ex Äh Joyce Joyce Hör mir zu Die kommt bestimmt hierhin Ja, sag ich doch Ja Ja Okay Ich glaube Ich glaube nicht Ich glaube, sie mag Leicht Ah, okay Töne, etwas anderes Vielleicht wird das dir helfen Ähm Ähm, kennst du sie? Vorher wusste sie, dass sie zu dir unterwegs war Äh, alles klar Ich muss was finden, das hell ist Sei vorsichtig, Joyce Überleben ist das Wichtigste Kennst du sie? Ich habe keine Ahnung, wer oder was sie ist Ich weiß es nicht Ähm, halt dich weiter im Bedeckt und versuche leise zu sein Schnapp dir eine Taschenlampe und noch mehr Feuerwerkskörper Versuche sie mit hellem Licht zu verjagen Oh Gott Äh, ich weiß nicht, was sollen wir machen? Q oder E? Könnt ihr mal in den Chat schreiben? Q oder E? Ich bin unsicher Joyce, ich weiß es nicht So, was sollen wir denn nehmen? Soll sie sich lieber bedeckt halten? Oder soll sie lieber die Taschenlampe nehmen und die alte verjagen? Mit hellem Licht oder Feuerwerkskörpern? Ich, ich weiß nicht, was wir machen Was sollen wir denn machen? Hilfe! Ich will sie nicht verlieren Ich drück E Wenn ihr es nicht macht, ich drück E Ich hoffe auch Ich hoffe auch Ja Ja Ja, be careful I love you too Bye Joyce Alter, was ist das für ein riesen Keller hier? Ist nun Fass Schön Das ist ja ganz toll Oh nein Oh, oh nein Wat? Sie mag also kein helles Licht Guck mal hier, ich hab ne Fackel Alter, ist das furchtbar Furchtbar gut dieses Spiel Hätte ich nicht gedacht Hätte ich nicht gedacht Oh Gott Alter, so ne Ex Furchtbar Alter Alter Wie gut das einfach ist Oh Gott Oh Gott Oh Gott Bist du da drin? Ich hab den Ehering bei Ich speise ihn hinterher Alter Was ist das Was ist das für ne Alte? Oh Gott Ist die gruselig Oh nein Wir müssen zwei Kabel aktivieren Blau und Rot Oh Gott Und dann kommen wir hier rein Und dann ist Da ist ein Schlüssel Okay Da können wir uns verstecken? Nein Wir müssen wissen Wo wir uns verstecken können Ich folge erstmal dem blauen Kabel Oh Gott Oh nein Die wird hier irgendwo rauskommen Ne Ich seh sie nicht Ich weiß nicht wo sie ist Fuck Ich hör sie auch nicht Funny Wo ist die? Nein Oh fuck Die steht da Oh fuck Wenn wir keine fuck haben Sind wir am Arsch Und das ist die letzte glaube ich Ist euch bewusst ne? Äh Was ist das denn? Das Foto Das ist der Mann Der Der hat den umgebracht Uff Meine Ex hat sonstiges Wetter Auch nicht leiden können Aber Das war ihr Geringstes Problem Es tut uns leid Ihn allen mitteilen zu müssen Aber ihr Sehvermögen Verschlechtert sich Die Untersuchung ergab Dass sie an einem Lichtüberfindliche Überfindlichkeit leiden Ich rate ihn Tageslicht zu meiden So wie andere Grelle Lichtquellen Hochachtungsvoll Dr. A. Murlov Toll Okay Ich mach mal Oh nein Sie weiß dass wir hier sind Oh Gott Tschüss Da ist ne Fackel Sie kann uns anscheinend nicht hören Wenn wir laufen Das ist schon mal gut Da ist noch ne Fackel Wir müssen zusehen Dass wir zum roten Kabel kommen Ich weiß nicht wo sie jetzt hingeht Das ist das Problem Oh sie ist wieder Ist das rote Kabel Hier ne Geht das hier lang Ich glaub ja Da ist sie Alter die ist da Die Sau Kommt die da raus Ich seh sie nicht Ist das die Tür Da ist die Tür Da ist die Tür Also diese Decke Diese Tischdecke Wo ist sie denn jetzt Honey I love you I love you too Hello Wieso höre ich sie nicht Wo ist die Wo ist die Sau Wo ist die Sau Ich weiß nicht Dass ich sie schmecke